Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und ich gehe jetzt mal ins Internet und tippe dort eine Domäne ein, die lautet www.bka.de. Ihr ahnt schon, wo ich jetzt gelandet bin, beim Bundeskriminalamt. Das ist auch keine Fake-Seite, nein, nein, das ist die echte Seite des Deutschen Bundeskriminalamts, auf der ich hier gelandet bin. Und jetzt könnte passieren, was zahlreichen Menschen vor mir passiert ist, genau 38 Menschen vor mir seit 2001. Es könnte sein, dass meine IP-Adresse, die bei bka.de gespeichert worden ist, zurückverfolgt wird und man sich anschaut, wer war denn da gerade auf der Homepage von BKA. Genau das hat das Bundeskriminalamt in den letzten zehn Jahren 38 Mal gemacht. So ergibt es sich jedenfalls aus einer Anfrage der Linksfraktion an das Bundesinnenministerium. Die Linksfraktion wollte wissen, wie sieht die Überwachung von Homepages in Deutschland durch das Bundeskriminalamt aus. Und rausgekommen ist, das Bundeskriminalamt wertet aus, wer besucht uns eigentlich. Und in besonders spannenden Zeiten, gerade wenn ein Raub oder ein Mord oder eine Entführung stattgefunden hat, schaut offenbar das Bundeskriminalamt, wer hat uns besucht und hat sich Fahndungsbilder angeschaut. Möglicherweise ist da jemand darunter, der selbst von der Fahndung betroffen ist. Und tatsächlich hat das zum Erfolg geführt. Und das BKA sagt, dass der Mord an einem achtjährigen Mädchen in Gießen 2001 dadurch aufgeklärt werden konnte, der Doppelmord an zwei elf- und neun Jahre alten Geschwistern und die Erpressung des Metro-Konzerns im Jahre 2002. Das sind also die Maßnahmen, die zum Erfolg geführt haben. Genaueres weiß man aber nicht, weil die Daten mittlerweile wieder gelöscht worden sind. Diese Praxis hier, breit die Daten der Besucher aufzuzeichnen und zu speichern, das sind ja personenbezogene Daten, die auch dem Datenschutz unterliegen, ist allerdings 2007 von Berliner Gerichten untersagt worden, sodass das Bundeskriminalamt das jetzt eigentlich nicht mehr machen darf. In 130 Fällen hat das Bundeskriminalamt auch Unterstützung. bei anderen Webseiten Überwachungen geleistet. Also das zeigt sich, dass auch Webseiten überwacht werden und man auch dadurch ins Visier der Ermittlungen kommen kann. Datenschützer rügen das natürlich, weil Webseiten nicht so ohne weiteres IP-Adressen speichern dürfen. Einfach ohne einen konkreten Anlass ist diese Speicherung in Deutschland verboten, wird aber offenbar gemacht. Das zeigen diese Fälle. Wie das Ganze weitergeht, ob das zu Konsequenzen führen kann, ich weiß es nicht, ich glaube es eher nicht. Die Speicherung war aus meiner Sicht jedenfalls nicht in jedem dieser Fälle korrekt, wie die Berliner Richter das gesehen haben. Strafrechtlich ist es dann ganz schwierig, ob man solche Beweise auch in einem Strafprozess möglicherweise gegen die Betroffenen verwenden kann. Andererseits, es wurden dadurch auch tatsächlich echte Fälle aufgeklärt. Da ist immer der schmale Grad, den die Ermittlungsbehörden gehen, wenn sie solche Methoden im Internet nutzen. Soweit zur Anfrage der Linksfraktion ans Bundesinnenministerium. Ich hoffe, dieser kleine Video-Podcast hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten auf wbs-law.tv. Danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.